Untertitelung des ZDF, 2020 Sie wird Gottes Werk tun. Warum sollte sie ihm nicht folgen? Man wird über uns urteilen. Sind wir so anders als Männer, dass du uns andere Dinge lehren musst? Manchmal ist mir, als wäre ich gar nicht hier. Sie können es sehen. Ist das vielleicht das Gefühl, mit Gott eins zu sein? Niemand hat mich je gefragt, wie es sich anfühlt. Die Frauen fürchten sich, zusammen mit Männern getauft zu werden. Dann also geh zu ihnen, werde zu meiner Hand. Es ist nicht recht, dass er dich dazu erhebt, uns zu führen. Du liebst meinen Sohn, nicht wahr? Du musst dich vorbereiten, so wie ich. Worauf? Das Himmelreich kann nicht gekauft werden oder verkauft! Wir müssen ihn von dir fortbringen. Was immer jetzt passiert, Gott verlangt es von ihm. Maria, du bist meine Zeugin. Ich bin bei dir bis zum Ende. Sprich nie wieder in seinem Namen. Die Welt wird sich nur ändern, wenn wir uns ändern. Ich werde nicht schweigen. Ich werde gehört werden.